So, hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video von den Klopapeters. Vorab, ich möchte mich mal schnell bei unseren 20 neuen Abonnenten bedanken. Ging ja doch ein bisschen rasanter ab, seit wir aktiver geworden sind. Und ja, ihr habt es im Titel vom Video schon gesehen. Ich habe vor, 6 Goldkarten einzutraden für eine Kobaltkarte. Hier sieht man, ich habe schon ganz gut Karten, auch von diesem Humble Bundle Zeugs, da habe ich mir mal gegönnt. Und ja, die eine Kobalt hier, die hatte ich tatsächlich in einer Equipment Case mit 0,1%iger Chance mal gezogen vor einiger Zeit. Und hier haben wir jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Goldkarten, wovon ich 6 Stück mindestens nicht brauche, weil die von Merck sind, die ich nicht so oft zocke und sowieso nicht so brauche. Und ja, ich glaube, einen Teil davon habe ich sogar, ein, zwei habe ich mal bekommen, ein paar getradet. Ja, jetzt mit dem Event habe ich ausgenutzt, dass man die jetzt billiger eintraden konnte, die ganzen Karten, beziehungsweise dass man weniger Silberkarten und so weiter gebraucht hat. Aber bevor ich lang drumherum labere, fangen wir gleich mal an. Ich habe vor mir einen Kobalt Fletcher einzutraden, ich bin zu bereit dafür. Also egal, was da jetzt rauskommt, ich bin mit allem zufrieden. Ich komme eigentlich mit allen Waffen von Fletcher, gut klar, deshalb ist es auch unter anderem mein Lieblingsmerkaballer. So, die brauche ich alle nicht wirklich hier. Da habe ich sogar ärgerlicherweise zweimal dieselbe gekriegt, wobei das hier wirklich eine der besten Fletcherkarten ist, beziehungsweise nicht sogar die beste mit Blischlok. Und hier die mit der Shotgun, die finde ich auch sehr nice, also nicht nur ich. Und ja, das sind so allgemein anerkannt die zwei besten Fletcherkarten, aber ich wäre nicht ich, wenn ich nicht noch mehr wollte. Und so fange ich jetzt mal an, meine Kobalt zu traden. Und durch das Event ist es ja auch ein bisschen billiger hier, kann ich es mir jetzt schon leisten. Und ja, wie gesagt, egal was rauskommt, ich bin mit zufrieden. Es wird der Zeitpunkt kommen, an dem ich wieder sechs Karten habe in Gold, die unnötig sind. Und dann werde ich mir wieder eine traden können, ganz egal für welchen Merk. So, mal sehen. Oh, das ist sehr schön, die Arnold wenigstens. Was haben wir da? Na, die Simeon. Das ist jetzt nicht so geil. Also mein Pistol Aim, da könnte ich noch ein bisschen dran feilen, ganz ehrlich. Und ja, hier. Die Arnold, ja, ist wirklich meine Lieblings Shotgun für den Fletcher. Mit der Pistol, wie gesagt, muss ich noch ein bisschen am Aim feilen. Mit dem Stiletto komme ich auch ganz gut klar. Was haben wir denn da für Sachen? Sneaky. Ja gut, also nicht die besten Sachen dabei, aber Hauptsache meine Lieblingswaffe ist am Start. Ich werde jetzt auch mal, hier sieht man es auch nochmal, ein Enemy. Ich werde ein bisschen Gameplay einblenden. Vielleicht werde ich es auch kommentieren, mal sehen, wie ich dann mit der Karte letztendlich zacken werde. Und ja, dann sehen wir uns gleich. Tschüss. Meine T-Shirts sind eigentlich Nachthemden. Aber fällt ja nicht auf. Und ja, dann sehen wir uns gleich. Und ja, dann sehen wir uns gleich. Und ja, dann sehen wir uns gleich. Und ja, dann sehen wir uns gleich.